Patrick, herzlich willkommen zu unserer Fragenflut. Dankeschön. Worauf legst du im Trainingslager am meisten wert? Aufs Training. Je bei 5 zu 4 oder 1 zu 0 gewinnen? 1 zu 0. Das beste Mittel gegen die Fünferkette des Gegners ist? Die Außenverteidiger rauszuziehen. Erkläre uns abseits, so einfach wie möglich. Wenn ein Spieler hinter der gegnerischen Kette angespielt wird. Was machst du, wenn du mal nicht einschlafen kannst? YouTube gucken. Wie und wann wusstest du, dass du Trainer werden willst? 2014, als Co-Trainer angefangen. Was ist deine Lieblingssportart nach Fußball? Tennis. Welche Frage kannst du nach einem Spiel nicht mehr hören? Jegliche Floskeln. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre es? Heilen. Geld spielt keine Rolle. Welchen Spieler ziehst du an Land? Ich nehme immer noch Messi. Welche Aufgabe im Haushalt nervt dich am meisten? Saugen. Wer war für dich der beste Fußballer aller Zeiten? Maradona. Was für Musik hörst du? Gemischt. Wo warst du zuletzt im Urlaub? Gute Frage. Holland. Hast du einen Lieblingsfilm und wenn ja, welchen? Nicht wirklich. Zeig uns, wie du auf den Siegtreffer in der letzten Sekunde reagierst. Das habe ich schon bei Nürnberg vorgemacht. Okay, danke. Danke.